Das ist der dümmste Champ, den es... Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Smash Ultimate Video, wobei, Champ, wir sind wahrscheinlich hier gerade in LoL, wie es aussieht, mit dem guten Max, a.k.a. Scoutly. Hallo. Und zwar werden wir heute Max fertig machen, wenn alles klappt. Alter, als ob er direkt mit seinem... Äh, mit seinem Schalk-Ball kommt. Ich hab Schalk noch nicht einmal gespielt, ich weiß... Entschuld, heißt er ja eigentlich, Schalk. Du hast angefangen. Ja, ich weiß. Ich hab halt keine Ahnung von Schalk, tatsächlich. Ich auch nicht. Ich hab dagegen noch nie gespielt. Ich hab noch nicht den gespielt. Was ist das? Also, nebenbei, wir machen wieder ein Best of Five. Ja, keine Ahnung. Die Zeit wird dadurch langsamer. Wir machen ein Best of Five und wir dürfen jeden Schaden nur einmal verwenden. Ja, warte mal. Ich... Alter, das war ein Lag. Auch nie. Alter, Max. So, da sind wir wieder zurück. Ich wollte eine tolle andere Rationale machen. Nee, 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 nee. Ich werde jetzt einfach das so zusammenschneiden. Das passt schon. Der Anfang... Bleibt jetzt so. Doof, doch. Wenn du jetzt nochmal Internetprobleme hast, dann bin ich traurig. Ja, dann zeigst du mich an wegen Körperbelästigung, ne? Ja, die gute alte Körperbelästigung. Wer kennt's nicht? Oh, scheiß. Kann der nur springen beim B-Attack? Ah, da, da. Beim B-Attack? Nein! Leute, der gute alte Schulk Master 3000 ist am Start. Kann ich dich... Bitte. Junge. Ja, komm mal her, Mann. So, und erstmal ein Grab hinterherhauen. Ah, ich dachte, ich bekomme die hier in meine Abi rein. Ah, der R-Slash war nicht bad gesetzt, tatsächlich. Ja, das Problem... Was ist das für eine Attacke? Keine Ahnung, verlangsamt es mich anscheinend irgendwie. So wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Was macht der denn, wenn ich... Ich glaube, das war ein Counter. Ich glaube, das war dieser Zeitdingens. Nee, weil du eigentlich mal... Nein, warum dreht der... Das irritiert mich ohne Scheiß, dass der sich nicht umdreht, weißt du? Nein, als ob... Nein! Jawohl. Ich wollte mich dann R-Slash-Counter... Ah, Mann, du hast... Ich wollte dich halt direkt raus... äh, rausbekommen. Das wäre lustig gewesen. Hat der Plan? Ach, guck mal hier. Komm. Nein! Hallo! Das ist unfair. Ich will gerade hier was ändern. Das ist unfair. Das ist unfair, sag... Es ist unfair, Mama. Mama, bitte. Das ist richtig unfair. Der lässt mich nicht meine Fähigkeiten ändern. Der war nice. Oh, scheiße. GG. Aber jetzt kannst du auch mal den Main nehmen. Nee. Ach, ist hier... Ist hier Zelda Link? Link ist dein Main. Ist dein Main? Ach, guck mal. Dann packst du direkt deinen Main aus. Weißt du, da sieht man wieder... Die Person hat einfach... Ist einfach kacke. Fuegro will ich aufspielen. Ja, dann komm her. Nimm doch deinen Fuegro. Ich hab kein Fuegro. Ja, schade. Du hast Fuegro noch gar nicht. Nein. Ja, nur... Deswegen ist er... Spaß. Alter, der... War gar nicht mal so cool. Das Ding ist... Ich hab halt bis jetzt echt... Eigentlich nur Captain Falcon... Und die ganzen Kack-Charaktere im Geistermodus gespielt. Und die machen mir keinen Spaß. Ich bin da voll nicht drauf vorbereitet, dass wir immer unterschiedliche nehmen. Ich muss mehr Schaß lernen. Ja, das kommt noch, Mann. Das kommt mit der Zeit. Hast du mich gerade gegrabt? Ja, natürlich hab ich dich gegrabt. Warum hast du gegrabt? Hä, wieso nicht? Und wer? Nein, das war richtig... Bad. Weil du Kacke bist. Der Mistplay, Alter. Das war richtig der harte Mistplay, Alter. Ja, wie alles in deinem Leben. Mein Abi... Sag ich, ich hab halt gerade die Abi von Dingens im Kopf. Von Link. Das ist gerade mein Problem. Weißt du, wenn ich mit Link spiele? Weil dann ist die Abi halt voll nice zum Killen. Alter, jetzt hab ich so hart gechockt. Hupu Fighting. Nein! Ich hasse die Abi von Fueco, Alter. Das ist so eine schlechte Recovery, Alter. Das ist so traurig. Ich hab mich aber selber getötet. Du hast einfach keinen Kill gegen mich gelandet. Seht ihr? K.O. ist null. Aber es hat gereicht für dich. Das wird interessant. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so erfahren in Smash, deswegen... Aber fuck, jetzt habe ich keine andere Farbe. Aber ich mag den goldenen. Der ist so komplett gold, weißt du? Ja, ich vergesse auch immer die Farben zu ändern. Okay. Ich hätte auch da gerade eben eine Down-B einfach mal machen müssen. Das hier. Scheiße. Das zum Beispiel. Das ist ja ganz nice. Ah, der Grab war zu einfach. Warum klappt der dann? Ja, für dich meine ich war er zu einfach. Also ich hätte mich da nicht so reinbaten sollen. In den Grab. Ah, das war gar nicht mal so gut. Bayblade, Bayblade, let it rip. Alter, der wollte mich richtig fakenpunchen, aber so einfach. Das ist mein Leben, Alter. Ja, das ist mein Leben, Alter. Das ist so richtig traurig. Das ist so richtig traurig. Alter, was war das denn? Krass, oder? Ja, war schon ein bisschen crazy. Nein. Ah, Mann, ich hätte es aufladen müssen. Das wäre richtig nice gewesen. Boah, ich mag diesen Phönix. Uh. Ich mag ihn. Ah, das läuft gerade echt nicht gut. Weil ich mich wieder selber gekillt habe. Ich bin einfach mein eigener Gegner. Wer kennt es nicht? Na ja, wer kann es nicht? Ich weiß, man macht beim Fußbauch immer Eigentore und deckt dann. Oh, ich habe so viele Tore gemacht. Ja, genau. So, da bist du. Richtig, natürlich. Ach, das ist aber kacke, dass du mich in den Boden schlagen kannst. Das finde ich jetzt nicht so geil. Das ist ja richtig doof, Alter. Richtig unfair. Nein, und ich darf voll rein. Ah. Das war ziemlich lustig. Das war ziemlich lustig. Der Bremsen-LP. Alter. Boah, das hätte mich hart zerstört, tatsächlich. Nein, 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 nein. Nein, ich wollte da nicht reinlaufen. Wieso nicht? Was auch nicht? Verstehe ich tatsächlich gar nicht. Oh, fast. Alter, das hätte mich fast gehabt. Wie kann der da nicht durchgehen? Das hätte mich fast gehabt. Ah, ich kann mich so ein bisschen zurückspielen gerade. Nein, ich hätte dich da haben können. Mit der Kopfnuss, Mann. Das Problem ist... Okay. Oh, weißt du... Ja, was ist das Problem? Ich kenne die Konga... äh, Donkey Konga gar nicht. Ja, da können wir jetzt aufschieben. Also, ich kenne die Attacken nicht. Ich weiß nicht, was du alles kannst. Komm, du bist raus, oder nicht? Boss? Nein! Was? Willst du verarschen? Der war doch 100% connected, oder nicht? Nein, 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 ich hab's noch. Ich hab's noch. Ich hab's noch. Ach, ach. Nein, ich hab's noch. Ich hab's noch. Alter, ich komm's gerade. Ich komm gerade nicht hin. Ich komm gerade. Ich schaff das gerade nicht. Das Einzige, was ich auch noch nicht so gut kann, ist parieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, das kann man, kann ja, also du meinst das parieren im Sinne von, aha, okay, okay. Nein. Nein. Alter, ich bin gerade richtig hart. Tot. Nein. Ja, guck, mit Falcon kann ich so ein bisschen schon. Okay, ist okay. Ich hab mich selber getötet, wieder am Anfang, aber es war auf jeden Fall nice, es war nice. Ist das dein Main? Hä, wie gesagt, Captain Falcon ist mein derzeitiger Main. Ach, Captain Falcon ist, aha, okay, ja, dafür lief's tatsächlich ganz gut mit Donkey Kong. Ja, aber ich hab bis jetzt auch noch nicht viel Spiel-Erfahrung, ne? Ich hab, äh... Ja, 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 jetzt kommt er wieder da. Hä, nein, hab ich doch schon am Anfang gesagt. Ja, 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 jetzt kommt er wieder da, ist okay. Wie ein Pocken immer, weißt du? Ey, ich bin doch voll schlecht. Ach, Quatsch. Man hat die ganze Zeit mit deinen Mainz raus, oh, ich hab ja gewonnen, Mist, aber auch. Warum macht dir das denn gar keinen Spaß? Ich weiß gar nicht. Ich kann gar nicht mehr. Das ist gerade richtig problematisch, warte. Ich kann doch nicht spielen. Das ist also deine Strategie. Will mich zum Lachen bringen, damit ich... Damit ich hier Fehler mache. Ich kann die... Was kann... Wer ist das überhaupt, Simon? Wo kommt der her? Aus Castlevania. Was ist das? Ach, das ist der... Ist das nicht der Anime? Gibt's auch ein Spiel zu? Ja, gab's auch ein Spiel zu. Ich kenn da nur den Anime mit, äh... Okay, das ist nicht... Alles safe, man. Die Recovery von Greninja ist super nice, man. Okay, ich weiß eins. Ich werde diesen Champion nie wieder spielen, weil ich mag seine Shurikens nicht. Du, mit deinem Champ. Das ist kein Champ. Man, ja, sorry. Ich bin halt, äh... Was das angeht, ein bisschen... Was anderes gewünscht. Schlecht beeinflusst worden, ich merk's schon. Schlecht beeinflusst? Möchtest du damit alle Leak-Spieler beleidigen, oder was? Nee. Nur du und ich. Das merk ich schon. Kann der überhaupt irgendwas, außer die ganze Zeit diese Kacke zu werfen? Ah, das kann der anscheinend. Ja, was? Als ob das geht, das kannst du jetzt nicht sagen. Damit hab ich auch nie im Leben gerechnet. Ja, das war tatsächlich auch gerade ein bisschen crazy, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hasse, ich hasse diese, diese, ähm, Charaktere, die kein, ähm, die nicht nach unten dashen können und da Schaden zu machen. Weißt du, was ich mein? Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, okay, da hab ich ihn jetzt erstmal weggehauen, nein, mach jetzt ich diesen Grinja. Du sagst, der ist halt super fast unterwegs, dann kann man manchmal halt unnötig fehlen. Ah, jetzt spammst du einfach die Kette, ich merk schon. Ja, dann komm her. Wenn du hier nur die Kette spammst, dann mach ich hier meinen, äh... Wenn ich aber, wenn ich aber von der Schnelligkeit schlimmer finde, ist tatsächlich hier Fox. Ja, ist okay. Hast recht eigentlich. Weil der ist vom... Alter, das hätte so in die Hose gehen können, man. Oh, wie rette ich mich? Wie rette ich mich? Ja, was kann, was der für, ich weiß ja nicht, was der für, was der für, äh... Der hat eine sehr schlechte Art wie, aber er kann sie anscheinend auch mit der Kette retten. Jawohl, schöne Churiken geschwungen. Dummer Bummang, man. Komm, Fess, komm. Oh, schade. Nee, nee. Komm, komm, komm. Ach, come on. Als ob ich dich jetzt gar nicht treffe. Kannst du jetzt nicht erzählen. Ja, ja, da will ich mich wieder mit der Kette raushauen. Ich merke schon. Jawohl. Halt's ab. Nein. Ich habe ein mieses Gefühl gerade. Ja, ich merke schon. Komm schon. Ja, das schaffst du nicht. Also, der ist kacke dafür, glaube ich. Also, der kann sich halt echt nicht gut retten. Wie gesagt, er kann sich irgendwie mit der Kette noch retten. Achso. Okay. Okay. Aber ich weiß ja nicht genau, wie. Nein, war das nicht gerade noch laut? Ah, okay. Leute, es ist tatsächlich Matchball, also Matchball für uns beide. Es ist ein 2-2. Ja, das ist total. Wann spiele ich denn jetzt? Das heißt? Ich weiß es halt auch nicht. Ich weiß es halt gerade 0. Wollen wir beide random spielen? Kann man random auswählen? Ach, da wollen wir wirklich. Ich habe viel mehr Charaktere. Ich habe 16 Charaktere oder so. Ja, toll. Ich kann nur einen. Also, sagst du wirklich random oder so? Ja, okay. Komm, mach mal random. Ah, das wird so ein Fehler sein. Das wird so ein Fehler sein. Ich sehe es kommen. Jetzt kriege ich Captain Falcon. Ich sehe es kommen. Wenn ich Pummelhof oder so bekomme, ist es einfach richtig rap. Was kriege ich? Was kriege ich? Ach, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll, Pichu. Ich weiß nicht, wie. Ich habe ein Pikachu gespielt. Oh, ey. Das ist ja auch gleichzusetzen, glaube ich. Ja, die haben ein paar. Also, ein paar ähnliches. Was hast du denn? Das war dein Abi. Okay, also ein bisschen, weiß ich auch, was. Zelda kann, deswegen. Weil ich auch mal heute mit ihr gespielt habe. Oh, hast du mit ihr ein paar tolle Liebespielchen gemacht. Okay. Der Max ist mal wieder hier richtig der krasse Boy. Du hast einen Ritter, ne? Wie? Ja, du hast einen. Ja, du musst natürlich ausfinden. Ich sag mal so, du musst auf jeden Fall einen Smash dafür einsetzen. So einen B-Move. Special Move, nicht einen Smash. Genau, das musst du machen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. Nein, ich habe einen dummen Fehler gemacht. Ich dachte, ich bekomme dich nur. Ja, ist okay, ist okay. Wir müssen ihm natürlich auch eine Chance geben, dem Jung. Da hat er seinen Ritter gut als Protect benutzt. Okay, es ist irgendwie komisch, die zu spielen. Ja, sehe ich auch so tatsächlich. Ich bin aber auch kein Fan von der. Ich auch nicht. Die hat ja nur komische Attacken irgendwie. Ja, das kommt mir tatsächlich ganz gelegen. So wird es halt echt gerade nochmal spannend, weil ich dummen Fehler gemacht habe. Eigentlich solltest du das gewinnen. Ja, Marco. Ich will dir jetzt keinen Druck machen, aber musst schon gewinnen. Ich muss jetzt eigentlich wirklich gewinnen. Das Problem ist... Oh, ah! Nein, nein, nein! Ich darf halt nur keinen Fehler machen. Oh, oh! Das wäre es gewesen, ne? Kann die überhaupt irgendwas Tolles? Guck mal, was die kann. Die kann nichts. Ja, die kann einen Ritter. Die kann einen Ritter aufbauen. Du musst den Ritter richtig aufbauen. Du musst ihn länger... Du musst den Ritter... Du musst den Ritter aufbauen. Noch kein Pferd. Das ist wirklich ein Ritter und den schickst du in eine Richtung. Hast du dich gerade Pferd gesagt? Nein, Ritter. Die ganze Zeit. Nein, nein, nein! Ich hasse mein Leben. Schaut nicht bei Max vorbei. Tschüss. Ich bin so dumm, Alter!